Ich stand die halbe Runde AFK auf dem Meteor und dann kam die Zeit des 8-Ball-Squads. Viel Spass mit dem Video, liken und abonnieren nicht vergessen. Bald kommt meine erste Solo-Ranked-Runde in Chapter 5. Bis bald. Der ist white, der ist white. Nein, der ist so unter uns, scheisse. Irgendwie hätte ich mir so dumm. Kann mir jemand einen Side-Ambonier geben? Äh, geht gerade nicht. Hab ihn. Kann man hier einfach runterspringen? Ich weiss gar nicht. Ja, kann man, kann man. Okay, jetzt hab ich mit dem Grappler noch raus. Wär schon scheisse, wenn nicht. Komm mit. Ja, 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 ja. Mooooooin. Oha, die Musik. Sehr schön. Du musst was hier tauchen. Oh, 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 oh. Hätt ihn einfach durch. Ja, wir gehen mit. Ja, was warst du? Raus, raus. Alter, what the hell? Und jetzt? Wohin? Zum Berg da. Kommen die zu uns? Da. Headshot. Boah, der arme Juki. Sehr gut. Der ist gar nicht kommen sehen. Noch mal 126. Einer Chipwreck. Ja, ja, noch mal einer Chipwreck. Ich hab Chok Chok getroffen. Ja, ich geh jetzt mal eins nach vorne, weil ich denke wegen Zone. Aber, okay. Na gut, ja, könnte schon sein. Und wir können uns Flugzeug hinnehmen im Furtfall. Ja. Oh, Ska. Hab ihn. Jetzt kann er nicht mehr abhauen. Auf dem Lied noch ne Rakete geschaut. Ey, das war von Köln, wie Tag ein schönes Krab machen. Das ist auch heftig. Okay, äh. Entweder wir gehen da oder... Stopp, stopp, stopp. Ey, ojo, du kannst dich einfach umdrehen. Stopp, 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 stopp. Ich nehme jetzt die Scheiße. Hier nimmt jemand ins Flugzeug, der hat 80, der ist... Hopp, den. Aber er ist gelockt. Wo ist der Typ, der ist gelockt? Ja, beim Flugzeug, hinterm Flugzeug, so. Cool. Hi. Ah ja, weißt du, wer es ist? Warte, das ist wirklich so eine Nervensäge. Doch. Warte, der wird noch geemotet, ey. Junge, mäh. Der fackt ja so ab. Ja, schießt damit so. Also, ich will auch Raketen, hör mal raus. Hände hoch, man, verdammt. Es ist aber gut, wenn die ganze wieder reingekrochen ist, als würde das irgendwas bringen. Ein Dohan Solo. Der muss eigentlich gleich um die Ecke kommen, oder? Ist der geriftet? Nein. Sah nur so aus, okay. Also, halt, der eine von Shifts und die zwei aus Tilted. Die müssen halt gleich rauskommen, oder so. Ja, der wird auch gleich da oben erscheinen, irgendwie. Meinst du? Ah, die kämpfen jetzt gegeneinander. Ja, da oben? Hä, was für Idioten, wieso kämpfen die? Keine Ahnung. Ja gut, aber die haben jetzt einen besseren Spot, das hat ein bisschen Kacke. Das ist sehr Kacke, ja. Soll ich Flugzeug... Ey, können wir mit dem Flugzeug in die reinfliegen? Könnten wir mal? Aber ich weiß den nicht. Dann soll das einer dann holen und dann, ja, können wir halt über den so ein bisschen rausspringen. Ja, versuch mal das zu holen. Ja. So. Ja. Hallo. Okay. Ja, und raus. Oh ja, raus. 30 Grad! Komm, 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 komm! Ach, bitte! Hab ihn, hab ihn! Ausschneiden! Boom! Das hat's vollgebracht. Jetzt kommt der beliebteste Emote aus Season 9. Tja, komm. Aus Season 9, hau raus. Ja, aus Season 9. Okay, bereit? Ja, hau raus. Mach mal eure Dances weg, damit ihr meinen Ton habt. Ja. Und damit läufst du durch die ganze Web. Ja. Das ist so toll. Dann passt die Musik zu dem hier. Jogi, Jogi, das scheiß voll ist like a sloppy. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Das ist fein.